Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Sims 2 mit unseren Nachwuchs-Dammys. Und unser Alexander ist auch ein Vampir geworden und er hat quasi so eine Liebesbeziehung mit Jenna angefangen. Und natürlich ist die liebe Chris nicht wirklich davon begeistert und ich denke mal, dass sie mit ihm da noch ein Hühnchen zu rupfen hat, ne? Du kannst dich ja einfach mal dazu setzen, wenn du magst. Schmeckt das Zeug nicht so gut oder bist du von der Gesamtsituation ein bisschen verwirrt und, äh, Dings? Ich denke mal, da wird es auch noch einen Streit geben zwischen den Lieben. Ist hier noch jemand? Oder wer braucht hier? Ich denke mal, sie wird keine Rücksicht... Rücksicht... Wobei, die sind halt schon gut befreundet miteinander, sie und Chris. Ich glaube nicht, dass das... Dass sie dann unbedingt, ähm... Ähm, da stumpf machen will, ne? Da soll sich der Alexander ruhig drum kümmern. Ich hoffe, du machst keinen Mist hier, ne? Ah, der wollte ja die Tür beanspruchen. So, und du räumst jetzt mal auf. Und dann sie ist ja wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen sauer auf sie und dann... Das wird sie jetzt auch loslassen. Wie kannst du nur meinen Ehemann in Vampir verwandeln? Hast du den Arsch? Und dann können wir ja noch ein bisschen dratschen, also so an sich unterhalten. Was, was soll das? Ich, ich wollte nicht, dass der zum Vampir wird. Äh, nein, du schläfst hier nicht. Seit wann haben wir denn solche? So, kommst du jetzt auch mal hier hin? So, das gibt's jetzt noch. So, jetzt machen wir hier mal Tacheles. Wir haben schon so oft darüber geredet. Dass ich ein Vampir sein will. Aber ich hab dir doch schon erzählt, dass ich das nicht will. Bla, bla, bla. Der ganze Schmarrn halt eben. Kann man sich nicht irgendwie einfach so trennen? Man muss sich so lange streiten, bis sie keine Gefühle füreinander haben. Ähm, du gehst am besten in deinen Sarg. Warte mal, bevor du dich weiter... Könnten wir doch... Könnten wir doch... Könnten wir doch... Kann man ihn denn, weiß nicht, überreden? Zu irgendwas? Den Hals beißen möchte ich nicht. Wertschätzen. Wertschätzen. Ich denke mal, sie wird da einfach jetzt hart durchdingsen. Und, ähm, ich mach das jetzt einfach so, auch wenn... Und sie kann aber nichts machen, ne? Er hat ja eigentlich schon was im Inventar. Bewundern. Aber irgendwie überredend, dass er das trinken soll, nicht, ne? Deswegen werde ich jetzt mal gucken, dass er das dann zu trinken bekommt. Und, weil sie möchte definitiv, dass er kein Vampir ist. Und dann wird sie sich nochmal mit ihm wahrscheinlich... Ist das jetzt doch nicht das Richtige? Ah, das muss auf dem Boden liegen, oder was? Wie un... Dings. Ah. So, aber dann... Ich möchte das nicht, und jetzt wirst du dich wieder zurückfahren. Ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt hat, dass sie... Ähm, ihn überreden konnte. Aber vielleicht hat er ja auch selber nachgedacht. Ja, ähm... Und es war natürlich ein Minus. Er wollte eigentlich gar kein... Also kein normaler Sim eigentlich sein. Aber nun ist er wieder ein normaler. Ich denke mal, das wird trotzdem kein Problem sein für... Für, ähm, unsere Jenna, weil sie liebt ihn ja. Dann denke ich mal, wird sich unsere Chris auch von ihm scheiden lassen. Weil sie hat sich ja auch schon hier das Gästezimmer eingerichtet. Das war ja vorher das Zimmer von Cody und Edith. Und du schläfst jetzt einfach. Du solltest eigentlich was essen, ne? Ich weiß noch nicht, ob Jenna dann auch sagt, ey, wenn er kein normaler... Oder sie verwandelt ihn halt nochmal. Das geht ja auch, ne? Wenn die sich tatsächlich für ein Leben als Vampire entscheiden. Aber sie hat halt auch den Heilungswunsch, ne? Dass sie dann wieder ein normaler Sim ist. Also müssen wir mal gucken. So. Aber... Ich denke mal, du wirst hier mal die Toilette sauber machen. Und dann kannst du dich mal hier entspannen. Und du entspannst dich hier mal auch. Weil ihr beide, ihr seid ja auch hier im Haushalt. Und ihr habt auch das Recht, eine Geschichte zu haben. Also, dass ihr nicht einfach hier so rumläuft. Und nicht wisst, was ihr eigentlich so treiben sollt. Jetzt wird wahrscheinlich der Pablo ihr mal so sagen, ey, wie sieht's aus? Mit so ein bisschen Nachwuchs oder so? Hättest du da drauf Lust? Eigentlich ist es ja... Man hat keine Lust, ein Kind zu machen. Sondern du bist dir sicher, dass du mit dem Menschen, mit dem du da zusammen bist und den du geheiratet hast, den du liebst, hast du dich entschieden, Kinder zu haben, weißt? Nicht so aus einer Laune heraus. Ja, weißt du was? Ja, so ein Kind. Ja. Dann haben wir nicht mehr so viel Langweile. Das eher nicht. Sondern eher tatsächlich, ja, ich möchte mit diesem Sim ein Kind haben. Und ich denke mal, das werden wir jetzt auch in die Wege leiten. Und dann mal schauen, ob das Ganze funktioniert, ne? Oh, und es hat direkt funktioniert. Ist ja süß. Ist ja richtig knuffig, ne? So, die Jenna weiß halt noch nichts, dass er verwandelt worden ist. Mal schauen. Und du spielst da hier Computer. Was ist denn eigentlich dein Lebenswunsch, Geschäftsmagnatin, Management oder was auch immer werden? Wie wäre es, wenn du dir dann auch mal was zu essen nimmst? Vielleicht was von Omas Supersuppe. Und du kannst dir auch die Omas Supersuppe holen. Und dann können wir uns ja auch mal mit ihr unterhalten. Vielleicht zuprosten da drauf, dass sie es geschafft hat, dass der Alexander doch wieder zur Vernunft gekommen ist. Obwohl sie gar nicht sicher gehen kann, dass er nicht doch sich nochmal verwandeln lässt, ne? Ich denke mal, dass Pia nicht irgendwas sagen wird. Ey, ja, der hat schon was am Laufen mit der Jenna. Ich glaube, so ist Pia nicht. Es ist ja immerhin ihr Bruder. Ich glaube nicht, dass sie ihn in die Pfanne raut. Und da soll er ruhig selber dann Mann genug sein und dazu stehen, welche Gefühle und, ja, was er eigentlich möchte, ne? Das soll er dann selber machen. Ach, ja. Ich denke mal, irgendwann wird, ähm, werde ich das Let's Play auch beenden. Aber ein Happy End wäre halt schon schön, ne? Und halt auch so. Ich meine, das Kind werden wir ja auch noch mitkriegen von den beiden, von Pablo und Pia und was mit Jenna und Alexander wird. Und dann habe ich aber vor, irgendwie mal was anderes zu machen, was nichts mit den Stammys zu tun hat, sondern was ganz Neues. Und da habe ich mir auch schon überlegt gehabt, dass ich, ähm, mir die Tiergeschichten, die Lebensgeschichten und die, ähm, was gibt's denn noch? Inselgeschichten, genau. Es gibt ja diese drei Sims-Spiele. Und das ist ja quasi Sims 2. Ähm, und das würde ich gerne dann auch mal spielen und let's playen. Und dann mal schauen, was dann mit Sims 2, was ich da, was mir da dann noch so einfällt, was ich dann hier wieder machen kann. Vielleicht auch, ähm, mal probieren, von wegen 100 Baby-Challenge. Also, so eine Art Baby-Challenge, wie viele Kinder kriegt die Generation hin. Also, vielleicht auch tatsächlich so ein Generationsspiel, dass du immer, ähm, ach man, Leute, ist ja schön, dass ihr irgendwie Aufmerksamkeit haben wollt, aber lasst doch bitte diesen Spam, Mann. Ich weiß, dass das keine Familienfreunde mehr sind. Und, ja, was soll das denn? Ach, du bist auch wieder wach, ist ja schön. Jenna wird vom, ja, du möchtest nicht, dass sie geheilt wird. Das finde ich echt interessant, ne? Kann man nicht, also man muss sich so lange streiten, bis man keine Gefühle mehr hat? Also, ich denke mal, das ist ja sowieso nicht aus der Welt, dass sie ihn einfach dann doch dazu gekriegt hat, ihn zu verwandeln. Vielleicht hat sie ja auch einfach gesagt, ey, guck mal, das ist der Liebestrank, um unsere Beziehung, ähm, zu dingsen, aufzupeppen. Und dabei wusste er nicht, dass das das Vampirheilmittel ist. Und jetzt ist natürlich der Knatsch noch größer. Ja, das, das klingt doch perfekt, oder? Mein Gott, wie lange denn noch? Und jetzt hast du wieder Interesse an ihr, ne? So, bla bla bla. Ich denke mal, sie wird dann auch ausziehen, die Chris, weil sie tut sich das halt im Lebtapf nicht an. Also, wenn er tatsächlich dann sich nochmal beißen lässt und dann wieder Vampir ist, dann wird sie sagen, ey, komm, mach deinen Scheiß selber, du wirst schon sehen, was du davon hast. So, kann man sich jetzt irgendwie scheiden lassen? Ne, ne? Ich mag nicht, dass die sich so sehr hassen. Hä? Wie kriege ich die denn jetzt, dass sie sich... Ach, sie hat ja auch noch Gefühle, ne? Für ihn, das heißt, das... Das heißt, sie müsste jetzt auch mal die Streitigkeiten anfangen, ne? Und dann musst du noch vorher was essen, bevor du dann noch ganz komplett verhungerst, ne? Äh, nein, 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 du bist hier noch nicht fertig. Du bist hier noch nicht fertig. So, jetzt... So, jetzt... Denke ich mal, diskutieren die jetzt noch miteinander. Sie kriegt das natürlich mit und denkt sich, okay, wenn sie es nicht begreifen mag... Dann eben auf eine komplett blöde Art und Weise. Ja, siehst du, genau so. Und dann ist das so ein Hin und Her. Oh, Mann, das darf nicht mal sein. Schockieren? Mit was willst du ihn denn schockieren? Und dann kriegst du noch ein Gedränk ins Gesicht geschüttet. Und dann trennen wir uns. Sohn, Sohn. Ja, wird das jetzt mal hier vonstatten gehen? Sie hat da keinen Bock mehr drauf. Sie hat schon alles im Prinzip versucht. Sie hat es ja auch geschafft, dass er sich verwandelt. Aber das hilft ja anscheinend nicht. Und jetzt bist du wirklich traurig. Was ist bei dir? Mittagessen servieren? Wieso willst du denn das Mittagessen servieren? Wir haben ja auch nicht mal Mittag. Alexander trinken. Was? Manche Sims möchten um jeden Preis länger leben und nehmen dabei auch keine Rücksicht auf andere. Wenn du einen anderen Sim trinken möchtest, sollst du dich erst vergewissern, dass sie Lagana-Füle-Simo-Furi hungrig ist. Denn dann lockt sie... Du bist ja aber wirklich überhaupt nicht nachtragend, ne? Also ja, das muss ja wohl nicht sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du vielleicht doch nochmal die Heiratsvermittlerin anrufst und sagst, ey, hast du vielleicht den Richtigen für mich? Ich bin am Ende und brauche jemand Neues an meiner Seite. Oh, was? Wo ist denn jetzt der Alexander hin? Wieso ist der jetzt weg? Hä? Was geht denn bei dem jetzt? Ist der weg? Wieso bist du... Hallo? Wie? Weg. Der ist noch nicht mal gestorben, oder? Kann ich den denn wenigstens anrufen? Alter, was soll das denn jetzt? So haben wir aber nicht gewettet. Hä? So was geht aber jetzt gar nicht, ne? Also das akzeptiere ich nicht, dass der jetzt weg ist. Ich bin mal gespannt, ne? Na ja, gut. Für die Folge ist aber jetzt Schluss. Und dann werden wir mal sehen, wie es in der nächsten weitergeht. Ob der Alexander, ob ich den wiederkriege? Ist der jetzt einfach abgehauen? Ich habe den auch nur zur Arbeit geschickt. Okay, gut. Das sehen wir in der nächsten Folge. Bleibt gesund. Habt Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.